ist es eigentlich die möglichkeit oder nicht so der typ der kommt sogar hinterher eben hatte ich glaube ich nur glück dass ich hier einfach so unbeschwert reinkommen kann das sein ja 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 ein comment folge gegen zombies ist nicht effektiv naja heavy rain war kacke ich weiß nicht selbst hätte ich das nicht gespielt wegen diesen komischen quicktime events ich hasse das bei spielen jetzt ja was ist jetzt schon wieder der kommt nicht nochmal schnuff 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 hallo hallo si schnuff es magic das magic moment ach so die falle hatte ich auch noch weg ich wünsche hier wäre irgendwo so ein control point das ist ja mal wieder ja 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 was habt ihr denn heute noch so vor sag mal ich dachte ich habe gegen das heu geworfen kann ich das ding loslassen ohne dass er das direkt weg wirft ich glaube ich bin leicht gefuggelt gepuselmuggelt ja natürlich toll jetzt muss ich angst vor luschenzombies haben drehst du dich schatz hier eben haben wir das so gemacht das weiß ich noch im ersten anlauf da haben die komischen typen uns nicht gesehen ich bin sogar reingelaufen und hab die tür aufgetreten und er hat einfach nichts mitgekriegt die kamer was Wo kommst du denn hier her? Ja. 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 So. Okay. Alle guten Dinge sind dry. Glaub ich. Oh mann, 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 oh mann. So, Achtung, Stopp. Er hat's fast schon wieder getan. Wie dicht muss ich denn da dran? Demnächst mach ich die nicht weg, die Dinger. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Am anderen vorbei, oder? Ich muss lernen. Supi. Finde ich gut. Hilfe. So ihr Lieben, hat mir Spaß gemacht, muss leider gehen. Mach's gut, der Austrianer. Wir sehen uns. Dankeschön fürs Reinschauen. Pam, padam, pam. Laute Geräusche, wie laufen, schießen und so weiter. Das ist nicht gut, wenn du leise sein willst. Ich hab eben die Tür aufgetreten neben dem Typen, der hat nix gemerkt. Oder fallen zum explodieren bringen. Ich hab nix vor. Mensch, find ich gut. Ich werde überlesen. Ey, sie hat Angst vor dir, Zombie. Ich will lernen. Lernen ist gut. Das sind aber keine Zombies. Irgendwer hat gesagt, das sind Zombies. Eben. Ihr müsst nur hochscrollen und gucken. Der Hydri war das, glaube ich. Fäuste gegen Zombies, hat jemand gesagt. Oh, da dreht sich doch mein Magen immer. Der braucht nen Döner. Psst. Mann. Heul hier nicht so rum, ey. Wie kommen wir... Wo muss ich hin? Ich brauche schon Hilfe. Ich brauche Vorlagen. Seit er mir das erste Mal gesagt hat... Oh. Ich sollte mich verstecken. Seitdem... Lieben wir uns. Also ich hab hier nix gehört. Die anderen auch nicht. Ich glaube, ich hab das außerhalb der Karte irgendwo hingeworfen. Ich komm nie hier weg! Niemals! Guck mal! Guck mal! Ich hab was gut gemacht! Also... Ich weiß nicht, ob das gut war. Oh Mann! Und die werden auch nicht durch andere infiziert. Wann spielst du mal wieder CSGO? Jetzt spiel ich mal einen Tag nicht CSGO und da kommt schon die Frage. Finde ich ja süß. Das heißt hier mal wieder! Ich bin doch fast nix anderes! Wieso kloppt mein Herz? I love you! Du... Du bist ein süßer Zombie pur! Ja, ich mag dich! Du bist du! So, ich habe meine wertvolle Waffe... Flasche weggeworfen. Der rotzt hier immer noch rum. Das wird nix! Das wird nix! Das wird nix! Das wird nix! Ich glaube... Ich glaube, er hat mich gesehen. Lass! Nein! Okay, der will da nicht hin. Ich glaube, das hier ist auch nicht der beste Ausweg und... Ähm... Ist das grad dein Ernst? Okay. Warte mal kurz. Können wir den hier runterschmeißen vielleicht? Achso. Es zieht mich an, wenn ich es nur ansehe. Komm! Ich fände das nur fair, wenn wir den da runterschmeißen könnten. Was? Wenn ich es nur ansehe. Bats! Alter, richtig geil! Ach, fein. Hi! Leute! Wer ist denn da? Cyberspace! Ich muss schon wieder von vorne anfangen! Das Spiel ist unmöglich. Und mit einem grandiosen Special wieder zu kommen. Bitte... Äh... Beachten wir dieses... Wunderbare Spiel. Als Special. Als Special. Da muss ich nichts anderes tun. Ich finde... Hiermit... Habe ich an sich schon genug getan? Scheiße. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Guck mal. Den einen. Ne? Aber die gehen auch immer wieder auf ihre Standardposition zurück. Das ist doof. Wenn ich immer beide Flaschen zu Anfang werfe. Hallo. Ich seh dich. Eigentlich bin ich viel gruseliger als die Zombies. Ich seh alles zuerst. Oh Mann. Ich hasse das. Oh oh. Das dauert alles so lange. Kein Wunder, dass es drei Jahre brauchen wird, um das durchzuspielen. Willst du bitte nicht vor der Kür... Vor der Kür. Vor der Kür tempen. Oh. Vor der Tür campen. Entschuldigung. Ich muss immer so ein bisschen... mit meiner Kamera spielen. So. So. Ganz unauffällige Türgeräusche. Müssen wir das Vieh hier immer verbrennen. Ich könnte dafür eine Zigarette rauchen. Mit dem Streichholz. Aber nein. Wir verbrennen schon tote Leute. So. Warte. 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 Einen noch. So. Halten. Guck mal wie er immer weiter weg geht. Machst du jetzt? Schnurvelpuffel. Äh. Okay. Okay, okay, okay. Ich hocke mich hier hin. Pulle an mir die Hosen voll. Sag mal, ich kann nicht mehr reden. Was ist denn los heute? Spielt ihr am W.E. CSGO? Ja! Äh. Bestimmt. Gut. Wenn jemand hinter mir läuft und schreit, das wird nix, dann würde ich mich auch umdrehen. Oh Mann. Gucke gerne zum Spiele selber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah ja, Zombie hier. Oh Gott sei Dank ist der Zombie hier. Okay, warte mal. Aber da muss sich der Typ mal günstig umdrehen. Gut und günstig. Mit welcher Taste war das? Mit Leertaste dann? Submate. Nein. Lauf. Vielleicht sollte ich auch nicht laufen. Guck mal, da oben gammeln noch mehr Leute rum. Oder sieht das nur so aus? Oh Gott, Rollpunkt. Ein Kontrollpunkt. Und wir haben die Losche abgehängt. Was haben wir gelernt? Einfach mal Leuten, die im Weg stehen, richtig eins ins Gesicht geben. So. Und dann schnell weglaufen. Oh. Okay. Zwei. Was denn? Ach, ähm. Scheiße. Wieso findet der uns? Was? Jetzt geh doch da rum. Komm. Jeder normale Mensch kann da durchlaufen. Ich würde gerne. Guck mal, der kann doch nicht durch. Ich krieg doch hier einen Anfall. Ja. Schon seit Stunden. Dann nimm deine Hände. Pack das Ding hinweg. Ich weiß es nicht. Ach ja. Wir spielen einfach mal. Fangen. Äh. Bärenvolle Entschärfen. Ich glaube, wir haben gerade Glück gehabt. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier alles gerade Glück nennen kann. Guck mal, einmal seine Ausdauer. Ja. Auslernen. Moin. Ich bin zu bespielen gekommen. Haben wir hier einen Spind oder so? Ich glaub der Spind. Oh. Äh. Oh Mann, ey. Das gibt es doch nicht. So. Wir wollen ihn. Oh, da ist eine Falle drin. Oh Mann. Die sind genauso doof wie ich. Ja komm. Setz dich noch hin und trinken Tee. Aber hier ist schon lange aufgeladen. Jetzt lauf doch weiter. Kinschen. Oh mein Gott. Da ist noch eine. Mann. Zumpelt der wieder. Hey. Schrumpelumpel. Guck mal. Hallo. Guck mal. Das Ausweichmanöver. Das Ausweichmanöver. Warte. Nicht so viel laufen. Er kann auch gar nicht mehr laufen. Ich wünschte er könnte ein wenig sprinten gerade. Nur ein ganz klein bisschen, dass wir hier eben schnell in die Bude kommen. und uns verstecken könnten. Aber nein. Habt ihr das Ausweichmanöver gesehen? Alter. Schleichen ist zum Glück nur in den ersten Kapitel wichtig. Oh Mann. Ich will Action. Ich kenne doch die Tastatursteuerung nicht. Leider nur etwas dunkel. Ähm. Das Spiel. Für euch. Warte mal. Oder ich. Ich weiß es nicht. Ich müsste dann mal kurz. Sonst sehe ich nichts. Mir wurde gesagt, ich soll mein Zimmer gefälligst dunkel machen. Dann habe ich das getan. Um Strom zu sparen. Nein. Nein. So. Guck mal. Ich bin so halbwegs hell jetzt. Es macht mich fertig dieses Spiel so. Okay. Lässt seine Wut wieder an der Tür aus. Das mit dem Schleichen hat nicht geklappt. Dass Frauen Probleme haben Schleichspiel zu spielen. Nein. Mit Splinter Cell hätte ich keine Probleme. Dass sie keine Geduld dafür haben. Oh Mann. Stimmt. Das könnte natürlich. Das äh. Ja. Von hinten anrempeln. Oh Mann. Der ist mir doch noch gefolgt übrigens. Falls man es nicht gemerkt hat. Das fand ich ganz schön unfair. Hat sie das Spiel bis zur Mitte gespielt, wo die Spinnenfrau aus dem Käfig kommt? Spoiler. Äh. Achso. Oh, das ist ja öde. Mann. Sprinten kann man erhöhen durch aufwerten. Da muss ich aber erst in den Spiegel. In den Spiegel gucken. Ich seh das Spiel gut. Ich auch. Ich glaub wir können raus, oder? Ach Kinas, ey. Das macht mich fertig. Ich möchte das jetzt schon nicht mehr. Das Tor war dazu. Ich möchte das kurz sagen. So weit waren wir schon. Wie zur Hölle sollen wir denn da weiterkommen? An den könnte ich mich evtl ranschleichen. Aber ich weiß nicht, wie es mit meinen anderen drei Freunden aussieht. Ob die das begrüßen oder nicht so. Guck mal, ich mach mal den hier. Wir machen das jetzt. Taktisch klüg. Das hab ich nicht gedacht, dass der jetzt hier direkt um die Ecke steht. Riecht er mich? Ja, Mann. Einer weniger. In your face, you mother father. So. Gibt's doch nicht. Da geht das Herz auf. Was können wir nehmen? Die Leertaste nehmen. Find ich gut. Was haben wir genommen? Ich hab keine Ahnung. Was ist eigentlich mit der Waffe? Manchmal hat er die in der Hand. Ach, weil ich auf Zielen gedrückt hab, oder? Hm. Munition alle? Ich glaube nicht. Du dummer Wicht. Guck mal, hier liegt was. Seit wann gibt's hier ein Leuchtturm am See? Stand er schon immer da. Das kreisende Licht streift mich. Durchdringt mich. Haha. Ich habe das Gefühl, dass es jedes Mal etwas mitnimmt. Ich weiß nicht, was es ist. Deine Seele. Oder dein Hirn. Gut, dass wir da nur drei Leute aufgeschreckt haben da hinten. Mann. Was soll ich tun? Kann das bitte Kontrollpunkten und so? Oh Mann, wisst ihr wo das zuletzt gespeichert hat? Ach Mann, ist das ungünstig. Guck mal, wir machen mal den hier. Diesmal kriegen wir keinen von hinten. Erstmal dick ins Gesicht. So. Es zieht mich an, wenn ich es nur ansehe. Patsch. Schön. Das Spiel belustigt mich ein wenig. Nur das muss man ihm lassen. Ich glaube, das liegt aber nur daran, dass ich es so gut spiele. Oh Mann. Ich komme hier nicht durch. Der kann gar nichts. Der junge Mann. Aber er sieht ja auch schon aus wie Ende 40. So. Ja genau. Genau. Ich kenne keine Frau auf Twitch, die schleichen kann. Doch. Jetzt schon. Jetzt schon. In Counter Strike muss ich auch immer schleichen. Aber ich mache das nicht. Hihihi. Tja. Ähm. Welche Position haben wir unsere Freunde denn jetzt eingenommen? Und wo ist unser anderer Stalker? Ich gehe mal hier in die dunkelste Ecke. Ich habe auch früher mal Thief gerne gespielt. Einen Teil. Ich weiß nicht welcher das war. So dieses alte. Und ich wollte mir auch ein neueres holen. Das war auch mit in der engeren... Mann ey. Auswahl. Entschuldigung. Du hast da was. Du hast da was im Gesicht. Hui. Oh. Finde ich gut. Kann man hier hoch? Hey. Guck mal. Er kann... Er kann nicht. Ach. Was ist los? Ähm. Die Steine hochklettern und runter. Aber hier kann er sich irgendwie Füße brechen. Finde ich gut. Der dreht sich nicht um. Gar nicht. Niemals. Oder nur wenn ich da hingehe. Weil dann hätte ich nämlich... ...Schancen. Okay. Ups. Das nehme ich jetzt so hin. Und ich gehe da rum. Komm. Probieren wir das aus. Oh Mann. Verdammt. Ich habe so Zuckungen in den Finger manchmal. Darum auch das random schießen. Kann auch das toll. So, my friend. Wenn du dich jetzt bewegst. I call Wallhack. So. Vor allen Dingen weil auch Wände zwischen uns waren. So, mein Freund. Lagerfeuer? Brat, Maxi. Einer fehlt noch. Ich weiß nicht wo ich den hin gelockt habe. Den Typen. Den Typen mit den Tüten. Steht da noch einer? So. So. So, so, so. So. I wish me for my Geburtstag a Kontrollpunkt. Ich finde in so einem Spiel sollte man speichern können wo man möchte. Oh Mann ey. Was ist das hier? Das Dorf der Verrückten oder was? Das Dorf der Verdammten. Oh, holy cow ey. Carwash. Carwash. Du 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 du. Hä? Wo kommt er denn jetzt her? Ist das der gleiche? Bin ich gerade? Ich, ich, Entschuldigung. Ich hab mich, ich verlaufe mich manchmal. Verbrennen. Ach, hör auf. Verdammt. Ich dachte, was denn? Hä? Ja, was soll denn das? Was? Mach doch sowas nicht. Ach, geht das. Ach, geht das. Mie hast Angst. Er dreht sich. Oh Mann. Theoretisch auch nicht zu uns. Doch. Das sehen wir nicht. Ich bin gerade am töten und am stelfen. Cyberspace ja. Dankeschön. so. So. Ah. Huch. Hä? Jetzt hab ich die Wackel aufgenommen. Mann, nein. Ne, mein, die weg. Die verrät mich. Kann ich die wegstecken oder werfen oder? Oh Mann. Mann. G. F. C. Oh. Nein. C. So. Ja. Ich kann das. Guck mal. Tigi hat Spiel gelernt. Spiel mag Tigi. Ich bin klein. mm ein Schmerz. triggers zu einer naturallystatten Mögens. Ich bin klein. Ja. Ich bin klein.